schon knuffig der kleine ich frage mich, ob wir hier irgendwie durch irgendein Dings wahrscheinlich durchkommen ah guck mal da oben haben wir doch einen Lüftungsschacht so, jetzt haben wir auch zwei Praxispunkte das heißt, die können wir hier direkt investieren so sehr gut bin ich hier dann richtig? ich glaube hier ist dann auch der Dings wo wir den Flüsterschip dann hinbringen, oder? ah ne, der ist da hinten, aber ich warte mal ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt hier das könnte auf jeden Fall Serverräume sein können wir da irgendwie mhm dann gucken wir, ob wir da drauf zugreifen, ob wir das erfolgreich hacken können ja, müsste eigentlich gehen ja, das geht locker sehr schön ähm mhm mhm okay da, wer zu wo kommen wir hier hin? mhm wir haben ein wenig Strom hier kann ich da drüber? mhm he he ist das irgendwie abstellen? nö naja, gut dann wie sieht's da aus mit hacken? ah ja darüber müssten wir, ok mhm ups naja, gerade nochmal wegen gehauen so die Tür ist offen Hallöchen da haben wir noch ein Whisky so Alex der Flisterchip ist drin Moment verdammt Adam w-wird es gerade benutzt? scheiße, ich muss weg Agent Jensen in mein Büro sofort woops hehehe hehehe okili dokeli schau ich mich hier nochmal kurz um glaub das war's dann hier aber erst mal so so das mit der Lüfenabdeckung machen wir später mal ich geh dann auch hier nochmal raus nicht dass die Kamera mich noch entdeckt hopp 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 so hi hi na na Agent Jensen meldet sich zum Dienstag hab's schon mal versucht aber sie hatten eine Telefonkonferenz ja richtig muss ich mir sorgen um sie machen Jensen wie bitte der System Schock macht er was in ihrem Kopf lässt er sie irgendwelche Dinge tun ich werde nicht durchdrehen und Leute angreifen falls sie das meinen dann wurden sie also durchgecheckt das Problem mit ihren AUX ist behoben ich habe mich darum gekümmert gut gut Gott weiß dass ich sie nach den aktuellen Vorfällen zu 100% einsatzfähig brauche sie klangen verärgert als sie mich angerufen haben alles okay nehmen sie nie einen Bürojob an Jensen sobald ihnen ein Schreibtisch am Arsch klebt geht's nur noch um Politik machen die Bosse ihnen Ärger was ach das nein das Problem ist die Staatspolizei sie drängt uns aus der Rosika Ermittlung raus ich will dass sie vor Ort sind und das verhindern sie setzen mich auf den Bahnhofsanschlag an nicht auf Dubai vergessen sie Dubai das macht McCready bei allem Respekt Sir wir wurden in Dubai überrascht und diese Söldner haben erstklassig gekämpft ich wüsste gern wer sie waren sie waren augmentiert Jensen wahrscheinlich hängt das alles zusammen zu dem Anschlag auf den Bahnhof möglich könnte sein aber das erfahren wir nur wenn wir beides untersuchen Mac ist ein guter Agent er findet bestimmt was raus über die Goldmasken und sobald wir Sing wieder bei den Jinn haben kann er über ihr Netzwerk vielleicht noch mehr rausfinden falls seine Tarnung nicht aufgeflogen ist wie auch immer sie kümmern sich um Rosika bevor die Staatspolizei unseren Tatort ruiniert ja wohl sie sagten die wollten uns rausdrehen ich habe heute morgen Fletcher hingeschickt um die Spurensicherung zu überwachen vielleicht ist er verhaftet hat sich noch nicht gemeldet das können sie gar nicht die tschechische Republik hat unser UN-Mandat unterschrieben bei Terrorismus sind wir zuständig naja der frühere Direktor ihres Geheimdienstes leitet jetzt die Staatspolizei er hat ein Schlupfloch gefunden und behauptet der Anschlag falle unter die Ausnahme innerstaatlicher Terror innerstaatlich also die ARC die Augmented Rights Coalition seine Meinung ist unerheblich selbst wenn er recht hat ich will dass wir vor Ort sind und es rausfinden Chang hat gesagt er bearbeitet für sie IntelliCam Aufnahmen von dem Anschlag vielleicht kommt ja was dabei raus vielleicht aber unter uns Chang ist seit Rosika noch weniger bei sich als sonst ich weiß nicht ob wir auf ihn warten sollten also wo fange ich an sie müssen mit unserer Psychologin sprechen bevor sie wieder in den Einsatz dürfen ich brauche kein Seelenklempner praktisch weil er zurzeit nicht im Büro ist und ich will nicht noch mehr Zeit vergeuden wie komme ich nach Rosika dort halten keine öffentlichen Verkehrsmittel für sie schon sobald ich ein Telefonat geführt habe gehen sie zur U-Bahn und rufen sie mich dann an viel Glück Agent so noch ein paar XP und ein neuer Praxispunkt wie schön so mal guck mal ein E-Book ich werfe mal den Drucker weg so so dann hacken übernehmen bitte mhm Theoretisch hätten wir die Kamera auch hacken können sehe ich gerade ok ok gut oder mhm hacken tarnen ich glaube das ist gar nicht verkehrt hier dass wir das hier immer noch mit dem mit dem reduzieren oder 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 das haben wir jetzt schon ok der dialog optimiere ja ein bisschen was werden wir noch haben hier denke ich mal war hier überhaupt irgendwas interessantes tesla eventuell was mir was bringt ja ich glaube ich gehe mal hier auf das tarnen es geht dabei primär um sicherheit so können wir irgendwas mitnehmen sieht nicht so aus na gut dann gehen wir da unten noch mit denen reden mal schauen was das wird da müssen wir dann reisen den falschen algorithmus für die frequenzen geliefert wir können sie nicht korrekt entschlüsseln kriegst du das hin ich bin pilotin keine programmiererin ich versuche und melde mich wieder okay ich frage mich ja wenn diese vega im ersten fall überlebt hätte ob sie dann unsere pilotin hier gewesen wäre okay aber ich glaube bevor ich jetzt dahin wusel würde ich glaube ich lieber noch die nebenmissionen machen sat ray fällt erst mal flach ursprung des hex finden schauen wir uns das doch mal an so das heißt da rein hi na dann schauen wir uns doch hier oben mal war das nicht auch das wo der dings war hier unser freund hier müsste glaube ich okay halt dummerweise nur auf der falschen seite hochgegangen das ist nett brauche ich aber gerade mal nicht oder vielleicht hängt das sogar miteinander zusammen das könnte natürlich halt auch sein vielleicht hängt das täglich mit diesem rave zusammen obwohl das war war das war glaube ich die etage drunter da unten rum geht es am besten okay also das hacken wie gesagt im ersten teil war es noch irgendwie einfacher hier jetzt gerade nicht so aber das kriegen wir wohl hin zu not benutze ich halt so ein auto heck gedöns so probieren wir das delft zeug komm puh verdammt jetzt habe ich glaube ich den wurm noch umsonst rausgegangen obwohl ich glaube da hätte ich es auch nicht mehr geschafft weiß es ja nicht so erstmal kühlschrank hier wegschmeißen das scheint hier es ist jetzt nicht sonderlich eingerichtet hier ja das sieht mir nur wie so ein zwischending aus karton dafür noch ein lüftungsgitter vielleicht für später mal haben wir denn sonst noch hier ach guck mal noch mehr wir hätten auch einfach hier rein können oder wahrscheinlich den schnaps werde ich auch mal irgendwann verkaufen das ist hier alles so bastel zeug du da unten ohne ihm hier granate net na dann wieder was zum hacken ah gut wir haben den wurm doch nicht verbraucht weil ich habe wieder eine aufgenommen gerade wo geht denn das jetzt hin sag mal na komm reicht aber post k wird nervös wegen der nächsten auf äh ausgabe äh bonus kommt immer wieder mit mondbasis an und dort hm ok 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 so da haben wir doch noch ein bisschen was rausgefunden Dankeschön. Ende des Gesprächs. Geht ja einfach offline. Aber gut, wir haben ja was wir brauchen. Sehr schön. Ja, Zeitung bleibt, wie gesagt, erstmal. Chang, ich hab was über unseren geheimen Verehrer. Sagt Ihnen eine Gruppe namens Sammy Studt etwas? Diese Verschwörungsspinner? Sehr schlecht fürs Geschäft. Wie viel wissen Sie? Weiß ich nicht, aber ich hab eine exakte Position. Finden Sie möglichst viel raus. Was Sie wissen, was Sie wollen. Wenn Sie die Tarnung der Taskforce aufliegen lassen, fliegt bald die gesamte Taskforce in die Luft. Keine Sorge, Chang. Ich will nicht, dass alles über uns einstürzt. Okay. So, bin gleich wieder da. So. Ja, dann schauen wir, was das hier wird. Ich denke, das könnte ich auch mal noch irgendwann hacken. Aber nicht jetzt und nicht heute. Obwohl heute vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Ich hab meine Papiere für das Gerät nächste Woche. Verstanden. So. Nebenmissionen bitte. Gucken wir mal, was sollen sie das finden? Ah, das geht darüber. Oh, ein ganz schönes Stückchen. Oh, gut. Sollte passen. Hep, 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 hep. Ich kann noch ein bisschen Schnaps kaufen oder irgendwas. Ah, genau. In die Kanalisation sollten wir... Haben wir hier irgendwo Kanalisationszeug? Ja? Ja? Ich glaube, wir müssen ihn umbringen. Wird? So, haben wir denn hier irgendwo eine Möglichkeit, in Gully einzusteigen? Irgendeine Gully. Oder warte mal. Können wir da einfach hinrennen. Ah ja, guck mal. Tschüss. Ich geh mal kurz hier runter, ne? Ah, hi. Okay, interessant. Dann gehen wir hier mal entlang. Mal schauen, wo uns das hinbringt. Vielleicht hat das ja tatsächlich was mit dieser Rave-Party zu tun. Na? Ich sage dir, das Flüstern in den Wänden sagt die Wahrheit. Und das ist bestimmt nicht in deinem Kopf. Bei einer Verabschiedung müssen alle Leistungsstaaten unlizenzierten... Haben wir denn hier irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Wer sich widersetzt, wird verhaftet und den augmentierten Reservate umgesiedelt. Es fehlt dabei Primärung und Sicherheit. Auch in diesem Ungefallenen spinnt es nichts. Und ihr legt hier alle rum und pennt. Naja. Ähm... Achso, warte mal. Wir räumen mal hier ein bisschen auf. Dann können wir hier rein. So. 5, 4, 3, 1... Mann, dank. Große, globale Story. Dann die Erdbeben und die Klone. Neues aus Dubai und zum Abschlusslokals. Was ist mit Praha Dovos? Wir stellen die richtigen Fragen, haben aber noch keinen Schluss. Du hast gesagt, das Ding ist eine Strohfirma wie eine Strohfirma. Ich will mehr Fakten. Bones, was meinst du? Ich bin immer noch... Na? Nicht schießen. Wir sind scheiße. Wer hat bloß diesen Agenten eingeladen? Wer sind sie? Was wollen sie? Warum sind sie hier? Geht es um die Dubai-Story? Den Artikel über die Mondbasis? Die Klone? Die Klone in der Mondbasis? Wer schickt sie? Ich will zu Sami Stad. Sind Sie der Chef? Das kann man so nicht sagen, Mann. Niemand besitzt oder diktiert die Wahrheit. Informationsfreiheit ist ein kollektives Recht und... eine kollektive Verantwortung. Aber wenn Sie jemandem die Nase brechen müssen... Nehmen Sie meine. Ich spreche hier gar nichts. Ich brauche nur Ihre Kooperation. Ich habe lange in einer Kommune gelebt. Kooperation kann ich. Oh gut, es geht um eine Geschichte, die Sie gerade recherchieren. Sie macht einige Leute nervös. Was wissen Sie über Praha Dovers? Die kleine Import-Würmer? Ich weiß, dass da im Keller nicht bloß Kisten stehen. Agenten gehen ein und aus. Der Laden ist ein Vorhang. Der erste von vielen. Und hinter allen... sitzen Sie. Stimmt's oder habe ich recht? Das ist eine Sackgasse. Tja, Leute wie Sie kommen immer wegen einer Sackgasse zu uns. Gut. Nehmen wir an, dass dort schon andere Leute aktiv sind. Wenn Sie jetzt zu viel Lärm veranstalten, könnten dadurch größere Enthüllungen zunichte gemacht werden. Verstehen Sie das? Sind wir jetzt etwa Kollegen? Ihr Mennen-Black-Typen? Ihr geht rein zu Pikes, verpasste Redaktion Maulkorb und alle kuscheln. Aber hier läuft das nicht. Eines Tages lässt sie jemand hochgehen. Wenn nicht ich, dann jemand anders. Samistat ist nicht nur eine Stimme. Ka ist nicht nur ein Mann. Was genau machen Sie hier unten? Samistat ist ein Medienaufstand. Pikes sendet den Müll der Konzerne und der Regierung. Wir liefern die Wahrheit. Enthüllen, schreiben, veröffentlichen. Und wir holen uns dafür gebrochene Nase. Sie drucken also Flugblätter? Wir tun viel mehr als das. Wir wissen, wie man ins Netzwerk von Pikes kommt. So verbreiten wir Informationen. Informationen, die Sie durch illegales Hacken erlangen. Die Wahrheit ist vergraben. Und beim Ausgraben verletzt man Regeln. So ist das eben. Was haben Sie mit Ka ist nicht nur ein Mann gemeint? Ka ist ein Ideal. Der nicht greifbare Kopf eines realen Widerstands. Sie können mich töten, aber dann wird Little Ka zu Ka. Wenn Sie Little Ka töten, wird Bones da drüben Ka. Und wenn ich Bones töte? Bones kann man nicht töten. Er ist nicht real. Er war einer von Ihnen und sollte der Prinz von Bell gehen werden. Aber dann knackte er seine Konditionierung. Wir haben ihn völlig verwirrt bei einem Kult gefunden. Und mit der Wahrheit umprogrammiert. Ist klar. Angenommen, ich muss einen Deal mit Samistat machen. Mit wem muss ich dann reden? Kommt auf den Dealern. Es wird immer einen Redakteur geben, der über die veröffentlichten Inhalte entscheidet. Das wäre dann ich. Sie könnten also dafür sorgen, dass über etwas nicht geredet wird. Kommt auf den Dealern. Sie müssen Praha Dovos in Ruhe lassen. Aber nicht aus den Gründen, die Sie vermuten. Ich verstehe schon. Auch wenn Sie das nicht glauben. Sie müssen Ihre Bosse von der Rüstungsindustrie beruhigen. Wir kennen das. Ich bin nicht das, was Sie glauben. Diese Leute, die die Medien manipulieren und Dinge vertuschen. Die sind auch für mich der Feind. Der Feind ist immer derjenige, der die Wahrheit versteckt. Und genau das verlangen Sie von mir. So zu tun, als hätte diese kleine Importfirma nichts zu verbergen. Ich verlange, dass Sie den Unterschied zwischen Verschwörung und Diskretion erkennen. Zwischen Leuten, die Informationen für eigene Zwecke zurückhalten und Leuten, die unerkannt bleiben müssen, um operieren zu können. Sie sollten das verstehen. Okay. Es gibt Läden, in die meine Leute nicht reinkommen. Also machen Sie das. Und holen mir schmutzige Wäsche über den wahren Feind. Peikes. Dann schweige ich über alles, was Sie wollen. Und vielleicht erfahren Sie dabei sogar was. Hm, versuchen wir das mit Überzeugen mal. Mal gucken, ob das hinhaut. Sie vergessen für den Moment alles, was Sie über Praha Dovos wissen. Nur so können Sie Ihre Ideale schützen. Klar. Denn durch das Verbergen von Informationen informiert man die Leute ja bekanntlich am besten. Halten Sie mich für so dumm? Schlagen Sie mal das Wort Transparenz nach. Die Leute haben ein Recht auf Informationen, was es auch kostet. Sie sind an einer Sache dran, die größer ist, als Sie glauben. Zu groß für Sie. Wenn Sie zu früh zuschlagen, verlieren Sie sie für immer. Ja. Oder ich warte zu lange und verliere sie trotzdem. Ich weiß nicht. Man muss immer weiter graben. Die echte Wahrheit ist ein seltener Vogelmann. Und wenn du zu langsam oder zu vorsichtig bist, fliegt sie weg. Wenn die Wahrheit sich zeigt, schlage ich sofort zu. So hart wie möglich. Um jeden Preis. Wirklich? Sie wollen doch besser sein als Paikes. Und was macht Paikes? Sie verängstigen die Menschen. Sie sehen nur die Sensation. Sie manipulieren. Also müssen Sie objektiv sein. Sie müssen die Wahrheit berichten. Und wenn Sie Praha Dovos jetzt anprangern, ist das gefährlich für mich und nutzlos für die Öffentlichkeit. Warten Sie den richtigen Zeitpunkt ab? Okay, schon klar. Ich will investigativen Journalismus nicht im Weg stehen. Manchmal ist man zu schnell und die Story fliegt weg, bevor man sie gesehen hat. So arbeiten wir hier nicht. Lassen Sie hochgehen, was immer Sie wollen. Und wir lassen Praha Dovos in Ruhe. Erstmal. Sie treffen die richtige Entscheidung. Das werden wir sehen. Wir könnten Ihre Hilfe trotzdem gut gebrauchen. Hier unten hat journalistische Integrität noch immer eine Bedeutung. Und deshalb sollten Sie uns helfen. Sie sind unsere beste Chance, den Massenmedien mal richtig weh zu tun. Also gut, was wollen Sie über Peikes wissen? Ich will Leichen. Für die Unternehmen wie Peikes extra nach Prag kommen, um sie dort im Keller abzulegen. Unternehmensarchiv. Unternehmensarchiv? Sie sagen, ich soll in eine Bank einbrechen? Ich rede nicht von Tresoren. Aschani Telwar, Präsidentin der Palisade Bank. Sie setzt Ihre Kunden mit Informationen unter Druck. Sie hat auch etwas über Peikes. Ich weiß das. Komm aber nicht dran. Sie könnten in Ihrem Büro einen Beweis dafür suchen, wie skrupellos Peikes ist. Und dass Sie auf die Wahrheit scheißen. Im Gegenzug verlege ich jede Akte, die Sie wollen. Wir werden sehen.